Bei den Wallboxen von EFOTURO ist alles eingebaut außer versteckte Kosten. Mit den Wallboxen ONE und TRIEPOWER bieten wir Lösungen für jeden Stromanschluss. Die Wallbox ONE ist erhältlich als 3,7 und 7,4 kW Variante für den klassischen 220 Volt Anschluss. Die TRIEPOWER Variante ist dann für den 400 Volt Anschluss mit 11 und 22 kW. Die Geräte selbst sind erhältlich als einmal kabelgebundene Variante für die Garage zu Hause. Sowohl die Steckervariante, wo das Kabel im Fahrzeug mitgeführt wird. Für größte Sicherheit und ohne versteckte Kosten ist in all unseren Geräten der Fehlerstromschutzschalter Typ B verbaut. Optional kann man die Wallboxen mit AFID-Kartenlesern ausstatten. Diese ermöglichen dann kontrollierten Zugang zum Strom und auch die Ladezeit lässt sich kontrollieren. Als weitere Option bieten wir auch Stromzähler an, um den Verbrauch in der Wallbox besser kontrollieren zu können, sowie farbige Designrahmen. Erhältlich ist auch eine Standsäule für bis zu zwei Wallboxen.